Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 21. November 2017? Vor ich beginne, nur ein Wort über das Hintergrundbild. Normalerweise erwähne ich da nichts, aber heute habe ich dieses Bedürfnis. Dieses Foto habe ich heute gemacht, vor einer Stunde, den heutigen Sonnenuntergang. Und jetzt wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag? Mond bewegt sich im Tiergrätszeichnen Schütze im Grenzbereich über geht im Tiergrätszeichnen Steinbock. Mond hat eine zunehmende Mondphase. Hat einen Einfluss von Akuleus und Akumen. Diese Akuleus und Akumen sind Nebel. Und dieser Nebel befindet sich in der Nähe von dem galaktischen Zentrum unserer Milchstraße. Mond empfängt diese Energie und vermittelt uns weiter. Und was sagt uns das Ausgerade? Wir sollen Ziele setzen. Wir sollen diese Ziele nicht aufgeben. Und sollen wir konzentriert bleiben. Auch wer rundherum alles benebelt und durchschaubar erscheint, trotzdem zielbewusst sein. Die Tiergrätszeichnen Schützengeborenen sollen ihren Gefühlen bewusst wahrnehmen. Es sind Einflüsse von außen und es ist angenehm. Es kommt etwas in Ordnung. Und dieses Zentrum, diese Galaxie, die Zentrum unserer Galaxie Milchstraße trifft uns alle, weil Mond vermittelt uns alle diese Energie. Aber besonders wirksam ist auch bei den Schützengeborenen. Also Ziele setzen, das nicht aufgeben, konzentriert bleiben. Es sind Veränderungen, Umbrüche, viele Gespräche. Es bewegt sich einiges, nicht aufgeben und ist auch wichtig, auf die Gefühle achten und das auch ernst nehmen und nach Gefühl handeln. Bei den Schützengeborenen ist es auch ein Aufstieg und sie werden auch eine tolle Ausstrahlung haben und sie werden auch wahrgenommen. Die Tiergrätszeichnen Steinbockgeborenen. Bisschen Geduld. Es wird in den kommenden Tagen etwas in Bewegung kommen und sie erreichen auch ihre Ziele. Auch wenn im Augenblick ist wie eine Sperre da, Unbeweglichkeit, Einschränkung, alles was mit Werten zu tun, auch Selbstwertgefühl oder Wertschätzung, aber auch die Finanzen, ist eine gewisse Unbeweglichkeit da. Oder könnte ich sagen, wie eine Sperre. Es löst sich aber von alleine. Dann spüren Sie die Steinbockgeborenen wieder die Kraft, kommt auch etwas in Bewegung und es ist auch eine Erleichterung. Aber momentan noch geduldig sein. Die Tiergrätszeichnen Wassermanngeborenen haben Kraft und Mut. Sie haben auch tolle Ideen, möchten Sie etwas verändern, jetzt große Ziele setzen oder große Veränderungen. Sind auch Einschränkungen da, wo mehr Glück liegt. Das ist der Alltag, die vertraute Umgebung oder kleine Reise oder kleinere Veränderungen. Da liegt die Glück, da können die Wassermanngeborenen einiges bewegen. Im Liebepartnerschaft haben Einschränkungen, aber die Gespräche, die Kontakte, die Kommunikation ist sehr gut gerade. Auch die Veränderungen, aber wie ich schon erwähnt habe, die kleinere Veränderungen sind wichtig. Die Tiergrätszeichnen Fischengeborenen haben wieder Kraft und auch Glück gerade. Aber sie sollen intuitiv sein, auf ihren gesundes Bauchgefühl hören. Es ist auch kreative Zeit und sie spüren auch diese schöpferische Kraft. Und es ist gut möglich, dass die Fischengeborenen und auch die Skorpiongeborenen zurzeit Glücksfälle haben oder Gewinn oder ich sage mal einfach Glück. Und es trifft auch die Fischengeborenen. Aber wichtig ist, auf Gefühlenvertrauen und nach Gefühl handeln. Die Tiergrätszeichnen, wieder geboren, beginnt alles ganz gut. Sie haben auch tolle Ideen. Es ist auch die schöpferische Kraft da. Vielleicht ist das sogar zu viel, was sie gerade bewältigen möchten. Kann sogar sein, dass sie dann erschöpft und kraftlos fühlen. Ein gewisser Rückzug oder Ruhe ist angebracht. Besonderes in die kommenden Tagen. Weil das sind Hindernis. Lieber abwarten und erst nach ein paar Tagen handeln oder etwas Neues beginnen. Momentan brauchen die Wiedergeborenen die Ruhe. Die Tiergrätszeichnen, Stiergeborenen, ist wichtig, die Arbeit. Und da möchten sie etwas erreichen oder sie setzen sich in Arbeitsplatz ein. Aber sie sollen auch auf dem Gleichgewicht achten. Das ist außer Arbeit. Es gibt auch Liebe, Partnerschaft und gibt es auch Freizeit. Das muss im Gleichgewicht sein. Und die Tiergeborenen werden, vielleicht nicht heute, aber in den kommenden Tagen, eine Bestätigung bekommen. Die Tiergrätszeichnen, Zwillingsgeborenen, ist wichtiges Thema, Liebe, Partnerschaft. Aber nicht nur Erwartungen, sondern es ist wichtig, die Brücke bauen. Auf anderen zugehen, Gefühle zeigen oder die Gespräche suchen, die Kontakte, die Kommunikation oder zuhören. Was meint die anderen? Die Tiergrätszeichnen, Krebsgeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht. Weil auch die Ruhe verteidigt die Kraft. Es ist momentan etwas unbeweglich, aber verbessert sich in die kommenden Tage. Und die Krebsgeborenen befinden sich in einer gewissen Wandlung. Glück haben die Krebsgeborenen auch Besonderes in der Liebe, Partnerschaft. Vielleicht nicht so intensiv wie bei Skorpiongeborenen und bei Fischengeborenen, aber ein kleines Glück trifft auch die Krebsgeborenen. Die Tiergrätszeichnen, Löwengeborenen, ist ein Neuanfang. Auch die Begeisterung, die schönen Gespräche und auch die Kontakte, Termine, Verträge, da bewegt sich einiges. Und Sie können beruflich viel erreichen. Besonders wenn Sie jetzt Ihren wahren Berufung suchen oder machen Sie sich selbstständig. Da haben die Löwengeborenen Glück. Auch auf einer Reise begleitet die Glück die Löwengeborenen. Wo Einschränkungen sind momentan, das ist die Liebe, Partnerschaft. Aber das verbessert sich auch in den kommenden Wochen. Die Tiergrätszeichnen, Jungfraugeborenen, ist alles stabil. Vielleicht etwas ruhig, obwohl die Erfolg haben beruflich oder Chancen, Möglichkeiten. Da können Sie einiges bewegen. Wobei die Liebe, Partnerschaft kommt auch im Fluss. Allgemein kann ich sagen, die Jungfraugeborenen haben eine tolle Einflüsse von außen. Die Tiergrätszeichnen, Wagengeborenen, führen mehr Kraft und Mut, auch mehr Leitigkeit. Die kommenden Tage sind da Hindernisse, aber das verbessert sich auch. Es ist wichtig, um die Arbeit zu kümmern, um den Beruf und Berufung zu kümmern, aber auch um den Bekanntenkreis, Freundeskreis. Die Tiergrätszeichnen, Skorpiongeborenen, wiederhole ich mich nochmal, sie haben Glück. Und gerade mit einem guten Neptun-Einfluss auf Jupiter, haben auch Glückschancen. Sie leben ihre Träume, sie sollen nur daran glauben, das kommt auch im Fluss. Oder Gewinnschancen, gerade eine schöne Zeit und Aufstieg bei den Skorpiongeborenen. Dieser Tageshoroskop ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit des Maßgeschmiedern, Anfertigen, Berechnen. Sie können gerne auch die Frage stellen, was erwartet mich, Jahr 2018, was sind die Tendenzen und was passiert in einzelnen Monaten. Das kann ich ganz genau beschreiben. Die Kontaktdaten befinden sich unten bei der Beschreibung. Dann die Neuigkeiten, dass ich auch Produkte habe, mein Eigen-Shop und es ist auch bestellbar jetzt schon. Das ist in Ausarbeitung, es werden immer mehr Produkte dazukommen und das befindet sich unter www.dendera-susannamedici.com Und noch die Blitzberatungen, haben Sie Fragen, wie zum Beispiel, liebt er mich noch, kommt er zurück, ist er treu, sehe ich ihn in kommenden Tagen, soll ich in dieser Arbeit bleiben, kommt eine berufliche Veränderung, soll ich diese Schulung machen und, und, und. Und diese Fragen betrifft den Alltag, aber das sind auch wichtige Fragen und ein guter Rat ist natürlich hilfreich und Sie können Ihre Lebenssituation beschreiben, Ihre Frage stellen und ich beantworte diese E-Mail auf blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro Vorkasse. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at dendera-susannamedici.com Und nochmal, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Vielen Dank.